Wie ihr in Microsoft Access Berichte sortieren und gruppieren könnt, habt ihr schon in einem anderen Video von mir kennengelernt. Allerdings könnt ihr auch den Berichtsassistenten nutzen und dort gibt es auch Gruppierungs- und Sortierungsfunktionen. Und da gibt es noch ein, zwei Schmankerl, die ich euch noch zeigen möchte. Hallo und schön, dass ihr wieder bei uns reinschaut bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Ich bin der Andi und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr mithilfe des Berichtsassistenten in Microsoft Access einen gruppierten Bericht erstellen könnt. Wie ihr Berichte oder in Berichten gruppieren und sortieren könnt, habt ihr schon kennengelernt in einem anderen Video. Aber da haben wir den Bericht komplett selber erstellt und haben ihn nachbearbeitet und gruppiert. Aber das Ganze geht auch schon eben mit dem Assistenten, den man ja häufig verwendet, wenn es einfach mal schnell gehen muss. Ja und ich habe hier meine Datenbank, die kennt ihr schon, wenn ihr einige meiner Access-Videos gesehen habt. Die Vereinsverwaltung und hier habe ich einfach eine Adressliste, aus der lasse ich mir jetzt einen Bericht erstellen. Und zwar, ich mache einfach nur ganz simpel eine Telefonliste. Und bevor ich die erstelle, möchte ich euch nochmal auf unser Buch hinweisen, dass es zu Access gibt, nämlich Microsoft Access für Einsteiger Schritt für Schritt zur Datenbank. Und wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt, dann ist es natürlich eine große Hilfe, wenn ihr bei uns im Shop euch für eins unserer Bücher entscheidet. Aber es hilft natürlich auch, einfach den Kanal zu abonnieren. Damit macht ihr uns auch schon eine große Freude. Und wir geben auch was gerne zurück. Ihr bekommt bei uns für sehr, sehr viele Bücher, so auch hier für das Access für Einsteiger, komplette Gratiskapitel zum Runterladen. Einfach hier auf diesen blauen Button klicken und schon könnt ihr euch hier in dem Fall vier Kapitel herunterladen. Ja und gewinnen könnt ihr auch eins unserer Bücher. Schreibt einfach einen Kommentar, egal was, eine Anfrage, Lob, Kritik oder auch eine Anregung. Und schon nehmt ihr an unserem wöchentlichen Gewinnspiel teil. Und der Gewinner darf sich dann ein Buch aus unserem Verlagsprogramm frei auswählen. Ja und wir legen jetzt gleich mal los. Ich nehme meine Adressliste in Access und gehe auf Erstellen, gehe hier auf Berichte und nehme den Berichtsassistenten. So, der Assistent, den habt ihr schon mal kennengelernt. Auch dazu habe ich schon ein Video gemacht, deswegen gehe ich da jetzt ein bisschen schneller durch. Ich will eine Telefonliste, da will ich die Mitgliedsnummer, Vorname, Nachname und das Telefon, hier Telefonnummer. Die Reihenfolge hier liegt übrigens auch fest, wie die Tabelle dann aufgebaut ist, von links nach rechts. Also das, was oben steht, kommt zuerst ganz links. So, dann gehe ich auf Weiter. Ja und jetzt habe ich hier die Anfrage, möchten Sie eine Gruppierungsebene hinzufügen? Da kann ich zum Beispiel sagen, ja, ich würde jetzt gern nach etwas gruppieren. In einem anderen Video habe ich zum Beispiel nach einem Beitrag noch gruppiert, den habe ich jetzt hier nicht drinnen. Deswegen möchte ich euch noch was anderes Cooles zeigen. Ich möchte gruppieren nach dem Nachnamen. So, das klicke ich mal an. Das wäre jetzt erst einmal ein bisschen ein Blödsinn, weil dann wäre jeder Nachname einzeln aufgelistet. Und dann folgt einfach nur Vorname und Mitgliedsnummer und Telefon. Aber da kann man noch was Schönes machen. Ich kann es nochmal aufbrechen. Und zwar, ich möchte nicht nur nach dem Nachnamen gruppieren, sondern ich möchte eigentlich nach dem ersten Buchstaben des Nachnamens gruppieren. Und dazu geht ihr links unten auf die Gruppierungsoptionen. Und hier seht ihr, die Felder auf der Gruppenebene ist der Nachname. Und die Gruppierungsintervalle sind normal. Das heißt, ihr würdet jetzt den kompletten Namen nehmen. Also alle Meier werden zusammengefasst, alle Schmidt werden zusammengefasst. Und den einen vor der Meierhuber, der steht halt alleine dann in der Gruppe. Aber statt normal, klicke ich jetzt hier bei den Gruppierungsintervallen hin. Und wähle mir hier aus erster Buchstabe. Bestätige mit OK. Und jetzt seht ihr hier auch in dieser Vorschau, Nachname nach erster Buchstabe. Aber der Nachname selber taucht auch noch in meiner Liste auf unten. Und jetzt gehe ich auf Weiter. Jetzt könnte ich hier nochmal sortieren. Und jetzt könnte ich hier auch nochmal sagen, ich möchte dann innerhalb nochmal gerne nach Nachnamen sortieren, dass die auch schön in der richtigen Reihenfolge stehen. Oder dann zum Beispiel nach Vornamen. Sucht es euch aus. Ihr könnt auch zuerst nach Nachnamen und dann nach Vornamen sortieren lassen, dass das alles schön zusammensteht. Nochmal weiter. Und jetzt bin ich eigentlich am Ende. Ich kann mir noch aussuchen Hochformat oder Querformat. Kann mir hier aussuchen, wie das Ganze aufgebaut sein soll. Ihr seht hier links immer so eine Vorschau. Ich lasse einfach mal das Abgestufte, das Erste. Und gehe auf Fertigstellen. Ja, und jetzt seht ihr, habe ich Nachname, Vorname, meine Mitgliedsnummer und die Telefonnummer. Und ich habe jetzt hier nach Nachnamen gruppiert, äh, nach dem ersten Buchstaben des Nachnamen gruppiert. Ich habe kein A, deswegen geht es mit B los und dann F, G, H. Und da habe ich hier vorne meine Gruppierung. Und das finde ich schon ganz cool, dass ich auch nicht nur nach dem kompletten Namen von einer Spalte sortieren kann oder eben gruppieren kann, sondern eben auch nach den Anfangsbuchstaben. Und gerade für so eine Telefonliste ist das ungemein praktisch. Ja, und das war es auch schon. Das Einzige, was ihr jetzt noch tun müsst, ist euer Bericht zu speichern. Also einfach oben auf Beenden. Und wenn der Bericht schon bestanden hat, dann ist er schon gespeichert. Ansonsten kommt die Abfrage, ob ihr das Ganze speichern wollt. Ja, habt ihr noch Fragen dazu? Dann ab damit in die Kommentare. Und ich bin schon auf das nächste Video mit euch gespannt. Ich hoffe, ihr genauso. Ich freue mich schon drauf. Bis zum nächsten Mal bei BILDNER TV. Ciao. Bis zum nächsten Mal.